Aber ich hatte einen Vorteil. Wir sind Jungs von der Straße. Pädophile geht gar nicht. Ratten, Hunde. Ich habe keinen Ausdruck für diese Menschen. So ein Pädophiler, der sollte mal in der Türkei einen Tag im Gefängnis eingeschmettert. Nur einen Tag. Du hörst nie wieder was von dir. Hier ist er krank. Tu mir doch mal einen Gefallen. Was erzählt ihr mir von Justitia? Erzählt mir davon nichts. Tut mir hingefallen, es gibt nichts. Die Großen machen die Regeln und wir müssen schlucken. Ihr könnt über andere Menschen scheiße reden. Ihr könnt über andere Menschen herziehen. Ihr könnt andere Menschen Karrieren zerstören. Und dann kriegt ihr eine Ohrfeigung. Könnt das nicht wie ein Mann hineinhalten. Nein, nein, du machst Patsch. Dann drehst dich um und sagst so. Und du machst nicht so. Ich weiß nicht, welchen Katschportart das war. Ich weiß nicht, welchen Katschportart das war. So was ich? Untertitelung des ZDF, 2020